Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paar von The Walking Dead. Wir hatten Episode 2 hinter uns gebracht und jetzt befinden wir uns bei Episode 3 in Gefahr. Und ich sage einfach mal, wir starten einfach. Glück! Was ist das wichtigste in diesem Welt? Clem, es ist eine Familie. Menschen wie Matthew nicht zurückkommen. Rebecca, unser Baby ist zu sein, in einem Ort von Sicherheit zu sein. Ja, in der letzten Folge war es nicht so prickelverlaufen. So, wo bin ich denn jetzt? So, wo bin ich denn? So, wo bin ich? Ja, ein Sekunde! Danke, dass du mit mir gekommen bist. Es ist gefährlich hier. Ich weiß, dass sie dich gemacht haben. Es ist immer schön, dass du hier bist. Wir sind sicherer, wenn wir zusammenhängen. Es wird bald schmerzen. Ja, ich weiß. Aber als du gekommen bist, ich dachte, dass sie meinen Vater mit mir sagen würden. Danke. Du bist willkommen. Loll, Lantrek. Lantrek. Anspielung. Nein. Ich versuchte meine Arme. Juste wie du mir gesagt hast. Es ist nicht so nett, zu hören, zu anderen Menschen zu sprechen. Hat jemand dir das gemacht? Wo sind deine Manners? Ich hatte eine Walkie-Talkie wie so. Oh, wirklich? Und was passiert? Denn du kannst das nicht. Ich habe es versucht, zu sprechen mit meinen Eltern. Ist das, warum du das hier schaust? Oder willst du sie Mutter und Vater nennen? Halt die Schnauze, du... Ich habe es nicht mehr gebraucht. Meine Eltern sind tot. Alle Eltern sind tot. Und das macht dich nicht speziell. Mein Vater ist tot. Und wir sind alle dankbar dafür. Geh die Mädchen zurück mit dem Rest. Wir haben ein bisschen vor uns. Gott regt das Kerl mich auf. Fängt schon gut an. Könnt denn jetzt schon wieder voll... Na, ich könnte mich wieder... Wieso... Hä? Habe ich mich jetzt verlesen? Oder habe ich was an den Augen gehabt? Oh man, Kenny. Rassier dich. Ich kann mich nicht an den Bart gewöhnen. Ah, ne. Es ist nur doof, dass jetzt wieder so viele verstorben sind. Ich hätte allerdings gedacht, Kenny wird es schaffen, aber... Ja. 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 Herr honn. Ja. Ich mache das, was ich kann. Okay, es ist okay zu sein, aber wir müssen das machen. Okay, everybody ready? Kenny! Kenny, bist du okay? Ist er okay? Ich denke so. Was hat mich gefallen? Das ist wahrscheinlich für die besten. Die Brake nicht funktionieren. Okay, auf und auf ihn. Ich bin ein bisschen sauer, da setzt die Bonnie. Dann ist doch, warte mal! Die da auch! Sie sind hier, um uns zu helfen, um unser Haus zu machen. Ein besseres Platz. All diese Gefühle, die du hast, von Angst und Tränen, von der ersten Seasen, von der ersten Seasen. Wenn jetzt sogar die Frau dabei ist. Aber wir müssen sie in unseren Händen finden, um ihnen zu vergeben. Schau, wie viel Essen sie haben. Ich hoffe, du sagst nicht, was ich glaube, du sagst. Ich glaube, wir brauchen dich. Wir müssen dich für etwas. Wir können Sie das in der Minute. Wir werden alle verabschieden. Wir müssen uns zu früh, wir müssen dich für etwas. Wir sind einfach, was wir machen. Wir müssen uns an. Wir müssen uns das hier. Ich muss meinen Vater. Ich kann nicht. Er sieht nach mir. Er ist hinter mir. Sie haben sich in den Wundern. Das war nicht vor, aber das ist nicht für eine Debatte. Blah, blah, blah! Keinevano uratzi il nua Ich habe so eine Frage, ne? Ich glaube, du kriegst hier ein Deja-Vu-Roll-Kleimmern. Lurker schickte mich auf, als ich etwas schraubte. Glücklich haben sie den Arm weg. Das hat mein Leben. Ich bin so entschuldig. Es war mein Geist, um dir zu helfen. Hey Reggie. Oh, hey Troy. Hey, ich bin Reggie. Das ist Sarita. Hallo. Und das ist Kenny. Hey. Hallo, wer bist du? Das Albtraum. Es ist okay. Es freut mich auch manchmal. Mein Name ist Clementine. Es ist sehr schön, dich zu treffen, Clementine. Ich muss mal nett sein. Was ist das? Das geht sich gar nichts an. Oh, okay. Gut. Was für Pete? Was für Pete? Das war's für Pete. wenn er lebt, aber wie ich gesagt habe, er hat meine Leben geholfen, also habe ich mit dieser Schein. Bellen hat ihn mit mir gearbeitet. Ich bin so sorry. Stopp mit all das sorry. Es war meine Wahl. Besides, er hat gesagt, als du alle getroffen hast, er hat mich geholfen in der Gruppe. Also, ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin nur jokig. Ich weiß. Ich meine, er sagte das, aber ich bin nicht glücklich. Wer ist sie? Wer ist sie? Wer ist sie? Die Frau da oben? Oh, ja, genau. Okay, so ist sie fucking wier. Sie haben sie schlafen in der Kampen, mit den Gästen und einfach die grossen Schein. Wahrscheinlich ist es besser nicht zu schreien. Ich weiß, wie es muss sich sein, aber es ist wirklich nicht so schlecht hier. Reggie. Nein, ich bin ehrlich. Wo sind Sie sonst noch zu finden, wie wir haben? Wir haben die Kampen, und jetzt mit den Greenhouses kommen, wir haben frisch. Die Kampen sind immer mehr und mehr sicherer, immer mehr durch die Zeit, vor allem durch die Forst-Labor, aber das ist nur temporary. Sie haben sogar die Säule-Panels gearbeitet. Wenn war die letzte Mal du hast die Elektrikation? Wir sind nur aus einer Lodge mit einem Wind-Turbinen. Es ist nicht eine Kampen. Ich sage nur, es ist nicht so schlecht wie du denkst. Wir bauen hier etwas großartiges, Leute. Eine reale Gemeinde. Bill macht es passieren. Schau, ich habe Fehler gemacht und er hat mich verabschiedet. Das ist nicht so, was er gemacht hat, Reggie. Ich weiß das. Aber ich beginne zu sehen, was dieser Ort offert. Ich habe das vorher gemacht, und mit dem Ausfall, es ist einfach so viel wichtiger. Carver hat meinen Freund, Walter zu töten. Okay, ich weiß nicht, was ist passiert. Aber vielleicht hat er seine Grunde. Er hat Alvin. Ja, klar. Ja, guck mal wieder 40, die ich jetzt... Ja, ja, komm, auf die Ausfallzug holen. Ich kann viel mehr machen, um euch zu helfen, euch zu sein. Wie zu sein? Was denkst du das? Ich will nicht, dass du Dinge für mich verabschieden. Ich habe wirklich hart gearbeitet, um zu diesem Punkt zu erreichen. Willst du bitte versuchen, nicht zu Probleme zu bringen? Und möglichst, bis sie mich verlassen. Dann, wenn ich raus bin, könnte ich dir mehr helfen. Und vielleicht sogar zu helfen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich will ihn tot. Ich muss ihn tot. Ich muss nach unten sitzen. Ja, komm. Sarah, kannst du sehen, ob sie etwas für sie zu trinken? Okay. Ja, das Wasser über die Benchern. Oh, das war nicht so gut. Ich sollte, dass sie eigentlich ein Plan gemacht haben. Das ist richtig. Ja, ich glaube, dass du eine Teil von deinem Körper schraubst kann das auch machen. Du musst schauen mal. Wir müssen wissen, ob wir nichts können, um rauszukommen. Wir sind in einem starken Ort. Wir müssen uns rauskommen. Was soll ich schauen? Was, was sie nicht wissen wollen. Der Troy ist weg. Das ist unsere Chance. Keine Angst, Reggie. Ich werde sie helfen. Das ist ein Interferenz-Tonament. Es tut mir leid, Leute. Ich muss jetzt schon wieder hier den Schnitt machen. Ja, und in den nächsten Parts dann, würde ich mal sagen, werden wir uns hier mal mit den Leuten hier unterhalten und mal schauen, was wir hier herausfinden können. Bis zu dem nächsten Part von The Walking Dead.